Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Taora. So, wir stehen hier immer noch am Autokino und versuchen das immer noch zu looten und das Auto mitzunehmen. Und ich schieße mal wieder daneben. Okay, hier brennt auch gerade über Stock und Stein. So, okay, du hast nichts. Okay, hier sind einige. So, es ist jetzt auch mal Tag, dass man was sieht. Wieso hast du mich jetzt gehört? Ach, du bleibst da. Die bleiben hier alle hängen. Kannst du, obwohl ich auf den Kopf ziehe, ich noch heute. So, jetzt. Da hinten Tore noch. Hier sind ja auch noch welche. Das ist ja nicht wenig, was hier rumrennt, ne? Ich habe ja gestern schon so viel... Ich habe ja gestern schon so viel... Ich habe ja gestern schon... Da das Auto muss ich mitnehmen. Das sind sogar noch zwei. Die kriegen jetzt hinter das Auto. So, jetzt dürfte hier aber bald keiner mehr sein. Ups. Hier waren aber auch viele. So, jetzt parken wir erstmal das Auto hier aus. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Weil das hier alles so zu ist. Mal gucken. Ach, und das ist das Auto, was sich nicht so gut steuern lässt. Auch noch. So, warte mal. Wo ist denn jetzt genau der Ausgang? Da. Also, wenn ihr mit dem Auto schnell fahrt, das ist total am Schlingern. Das, äh... Siehst du, was ich meine? Da ist auch... Da ist eine Bank. Das heißt, man muss hier irgendwo automatisch schon mal irgendwo gegenfahren. Ach so. So, jetzt looten wir das Ganze noch hier. Und dann geht's ab nach Hause. Ach so, was ich auf jeden Fall erstmal machen werde. Ich muss hier reingehen, damit ich hier... Ich will eine Hardcopy machen. Für das Thumbnail. Geht das so gut, oder? Ja, das ist doch super. So mögen wir das. Dafür machen wir ein Thumbnail. Jawoll. Ups, fortsetzen. Und man kann leider die Hard nicht... Ausblenden. So, jetzt lass mal gucken. Was können wir denn überhaupt looten hier? Nicht viel. So, ich hab mal wieder einen Ohrwurm. Wo geht das Ding jetzt so looten? Nein. So, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich brauch das Schrott, ne? Wie viel hab ich denn davon mittlerweile? Ja, 13. Na, ok. So in den Kloß ist nix. Da ist ne Karotte. Eine Karotte. Oh, geht doch. Eine Karotte. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Eine Pfeffer. Und auch ne Pfeffer. Jawoll. Sehr schön. Oh, diesmal kann man den Grill nicht looten. Das ist aber schade. So kann ich die Cook mitnehmen? Jawoll. Geht auch nicht. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. So, wir haben einen hier. Ja. Mit dir. Jawoll. Den hab ich auch, ne? Nee, noch nicht. So. Dann. geht das weiter auf der Seite. Ah, hier könnten wir ein bisschen Platinen und sowas kriegen. da. Dafür können wir das wieder nicht. Das geht auch nicht, ne? Ups. Das geht auch nicht, ne? Ups. Da ist noch ne Karotte. Cornflakes. Wie viel Platz hab ich denn noch? Okay. Ja, jetzt genau hinter dem Schild. Gut. So. Was haben wir hier? Nikes. 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 Was war's? Da ist noch ne Cola. So. Die hatte ich schon. Ne, doch nicht. Ich dachte, in der Ecke war ich schon. So. Das haben wir jetzt in der Mitte. Hier von den Autos kann man nichts machen. Looten. Da ist irgendwie eine Box. Kann ich auch nicht looten. Und dann mal gucken hier drinnen. War, glaube ich, nix. Den Mal einmal habe ich schon. So. Dann gehen wir hier nochmal kurz rein und das war's dann hier. Äh. Hier ist nikes. Hier ist nikes. Nee. Nee. Dann haben wir hier alles. So. Dann fahren wir mal nach Hause mit dem nächsten Auto. Juppie. So. Dann muss ich mal markieren. Lass mal kurz gucken. Ja. Boah. Das ist doch wirklich meine, ey. Hier tickt man einmal die Lenkung an und dann ist man hier so am Glitschen mit dem Auto. Das Auto ist so scheiße zum Lenken. Das sollte man echt nur im Notfall nehmen. Oh Gott. Da tickt man echt nur kurz die Lenkung an und dann kommt sowas bei raus im Schlenker. So. Da kann ich gerade ein bisschen blöd einparken. Moment. Wir nehmen mal hier den Baumstamm weg. Ich bin froh, wenn das steht hier. So. Okay. Alles klärchen. So. Dann packen wir mal alles aus. Nee. Da. So. Warte. Das. Das kommt drüber. Das und das Holzpfeiler. Das ist alles klar. Ja. So. Okay. Döner. Ihr habt da noch nichts zu tun. Das ist aber nicht weiter schlimm. So. Haben wir hier was gehabt. Da. Und da. 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 Den Energy Drink nehme ich jetzt hier mit. So, da da. Holzpfeil, 26 haben wir da jetzt. Das, das, das. Eine leere Wasserflasche. Also, was ich mit denen machen soll, weiß ich noch nicht so. So, dann haben wir hier dein Kohle. So, dann packen wir hier das Holz rein. Dann, dann ist die Kitchen. Jawohl. Und so, da können wir langsam, was war denn das? Irgendwas fallen lassen? Ach nee, du bist das gewesen. So, wir haben hier, da kann ich Dings draus machen. Cornflakes, Soda. Die Energy Drinks nehme ich jetzt mit. Die will sowieso keiner, irgendwie habe ich das Gefühl. Da machen wir Samen draus. So, das und das. Da muss ich mal gucken. Munition. Noch geht das hier, bevor ich umdisponieren muss. Ah, warte mal. Wir werden mal die ganzen Waffen... Die Waffenteile da drüben hinpacken. Da muss ich hier keine Kiste machen. Ist ja nicht so, dass wir hier keinen Platz hätten. So, ihr kommt jetzt ganz nach unten. So, dann packen wir hier mal die Waffen hin. Und die Waffenteile, die blä... Ich habe eine rote, das ist die beste bis jetzt. So, dann machen wir nochmal Samen. Und dann gucken wir mal ausbaumäßig, was hier zu tun ist. Und Pfeffersamen. Dann machen wir kurz. Oh, Wasser ist voll. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist Paprika, ne? Das ist irgendwie... Man muss da echt aufpassen mit der Übersetzung. So, Karottensamen. Und Pfeffersamen. So. Dann lass mal... Erstmal trinken. Dann pennen wir mal eine Runde. Dann pennen wir mal eine Runde. Das Essen reicht noch Masse, ne? Obwohl ich ja gerne mal was anderes kochen würde. Also, so. Jawohl. So, dann gucken wir mal, was wir ausbauen. Also, das wäre nicht schlecht, weil es mir Gesundheit gibt. Essen. Wie kann ich dann mehr... Ja, also, wir machen erst mal die Gesundheit hier. Was brauchen wir denn da? Zehn Ziegel, 30 Stoff und... Oh, zehn Rohleder. Ich glaube, da muss ich mal... ...auf Jagd gehen. Ziegel. Was war das? 30... 30 Stoff. Das sollte nicht das Problem sein. Und Leder habe ich gar nicht, ne? Ach, nicht mehr viel. Ach, nicht mehr viel. Leder habe ich also gar nicht mehr, so wie es aussieht. Zwei Leder. Wir brauchen noch ein paar Mal Leder, das sag ich euch. Das war noch nicht alles. Das war noch ein paar Mal. Drei Leder. Gar kein Leder, na wunderbar. Ah, bist du tot zu kriegen, oder was? Danke. Vier Leder. Das heißt, ich kriege hier keine zehn Leder zusammen. Brauche ich aber. Mann. Danke. Da hinten ist noch eins. Auch nur Fleisch. Fleisch brauche ich nicht. Ich brauche nur das Leder. sage mal. Danke. Jetzt wird es noch mal richtig dunkel, bevor es hell wird. Wie immer. Wie viel Leder habe ich denn jetzt? Sieben. Da muss ich noch mal in die Richtung. Vom Dingensrennen. Vom Laden, weil da sind nämlich immer welche. Aber ich gucke noch mal hier. Ne, hier sind keine mehr. Gut, dann rennen wir mal in Richtung Laden. Diesmal ohne Auto, weil ich kann ja halt mit Auto nicht schießen, ne? Ich muss dann auch, wenn ich dann unterwegs mal Wildschweine oder Wölfe sehe, muss ich die dann auch mal mitnehmen. Dann gibt es nämlich auch Leder. Das eins, das eins, das eins, da sind wir hier. Okay. 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 Oh, es ist verbringlich. Oh, es ist. Nicht, dass die mal so weit hoch zu den Banditen rennen oder so. Ach Gott, ich habe meine 10 Leder. Sehr schön, dann machen wir das gleich. Guck dir das mal an, wie viel Fleisch und wie viel Leder. So, dann plündern wir hier gleich mal. Und verkaufen. Ich möchte etwas kaufen, was ja nicht stimmt. Ich möchte mal wieder verkaufen. Ja, der Loot, der war da nicht so, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, ich kann halt irgendwann mal das ganze Schießpulver und was alles verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob das viel bringt. Ah, ne, die Waffen hat er, ja. Äh, die Muni. So, dann geht mal her. Und dann möchte ich noch mal von dir Explosiver Pfeil und Feuerpfeil. Geht noch, okay. So, ihr Lieben. Dann beende ich den Teil hier erstmal für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Dornchen nach oben freuen. Und dann sage ich Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.